Hallo und willkommen zu Notfall von Corona Tonight. Heute mal in einem hübschen Spiel. Keine Soto-Raustforderung oder so. Jetzt ist es auch nur ein normaler Game hier quasi. Kein Rank oder so. Vielleicht darf ich jetzt noch nicht reinschauen. So, wir haben schon eine Reihe auf unseren Wegen. Das habe ich. Gehen wir noch mehr mit 1,5 an. Ich habe ihn gerade nicht fest, um ihn wieder zu machen. Ja, das muss ich auch mitnehmen. Schnell abgeschlägt wieder. Oh, komm. Aber, das Spiel wahrscheinlich auch nicht so ganz fest, ich bin glaube ich. Und so sehr, dass wir gerade mal aufs Ding hier laufen können. Und wir haben es ja überlebt. Aber wir sind jetzt erstmal wieder in einem Omel Game. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so die besten Spieler von der Theorie. Ich werde das Matchlaking ja wahrscheinlich irgendwie anpassen können. Aber das Matchlaking ja wahrscheinlich irgendwie halte ich anpassen können. So, wir haben jetzt auch gerne mal den 6, oder? Ich hab jetzt hier unten Ich hab jetzt hier unten Ich hab jetzt hier unten Machen wir beide gleichzeitiger So, der wird 6 Das ist nicht tot Das ist nicht so was falsch angegriffen Das Spiel hätte ich aber geschafft, hey Wenn es durchgezogen hätte, weil ich das Altarii angegriffen habe Hier geht er kommen denn wieder Nein, das hat er ja drüber Ja, wir haben gestorben Ah, komm 30 Punkte, 3 ab Lauf dir, brechst du ab? Oh, ich hab dir selber abgebrochen Das hat andere wirken Scheint er hat noch umgedreht, ey Und 3 Leute unten als ein Gegner-Team Oh 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 Ich hätte da nicht einig Und das würde mir zocker Oh 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 Ich bin einig Verdammt ja dann und weg abgedrückt gehen rein 最rijk erst mal da da Gehen wir jetzt fahren. Hier oben bin ich dann gleich die Kasse ganz gut aus. Oh ja. Oh ja. Ja, da hätte ich gleich mit der Hohbuch ein bisschen proberativer. Ich habe das vielleicht auch so geschafft. Ich bin jetzt aber so. Dann ist alles gut aus. So. Torjock zerstören. Torjock zerstören. Torjock. Hey. Torjock. Ja, unten wo hinten der Dario ist und dann das Boot. Torjock. 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 Oh, er muss geschenk' auf. Er macht schon Damage. Torjock. Torjock. Schauen wir mal noch Klauen hier. Oh, Entschuldigung, Kussi hätte auch wieder neu. So, was wird er da jetzt, was gleich klaarmacht, oder das war wohl nicht angezeigt, weil ich quasi noch nicht so im Renderreichtheit gefahren, die verraten sie zuerst nicht, ja, die geht jetzt. So, um Sonntagspiel, wir machen jetzt mal so in der Luft, woher sind wir drei, scheinbar Ja, ist auch ein Rettal, weil er ist besser, wie gesagt. Wir gucken mal, bevor wir noch dem Gegner kommen. Und dann kommt er wieder hin. Okay. Okay. So. 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 Ich bin nicht übersteckend. Ich weiß nicht, was die jetzt sind. Wir haben gerade noch Gegner. Wo sind die denn? Die sind viele genug. Wir haben uns ein bisschen mies, aber egal. Wir haben einen Protonier. Ja, das ist füßig. Das ist ein Reger. Die beiden auch noch. Ah, der ist abgesagt hier. Das ist schon, wenn man nur so 16 Punkte geht. Für sie wäre es besser gewesen, als wenn sie dann noch Punkte reingemacht hätte. Da wäre es vorher nicht so besser gewesen. Hey! Ich weiß nicht. Hallo! Hallo! Okay! Hey! Bleibt das so! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn sie hinten gefällig sind. Auf einmal hinten auch. Da darf ich nicht von gekommen werden. Das wäre gefährlich gewesen. Gut, damit haben wir das Game hier easy peasy gewonnen. Ich fand nur die Autotip verstanden, würde ich sagen. Also wir haben einen aufgesteckt, also textlos natürlich nicht. Aber die Autotipers haben wir noch mal da, ich bin ja wohl. Das ist ein Platz. Die Autotipers sind nicht so stark, oder? Die Autotipers sind nicht so stark. Hallo, Knode los! Ja, falls ihr vorweg flasht. Der muss sich leider enttäuschen. Wenn er sich erst mal anvisiert, dann fliegt er es hinterher. Wenn auf einmal der Lab auf einmal stößt. Wolle weiß ich gar nicht. Ich weiß ja, der Hopper z.B. kann ja auch eben so durch den Felsen fahren. Aber es ist ein Römerflieger, wo er auch springt. Ja, ich wollte da hinrufen. Das war so geplant. Ich habe mich auf jeden Fall nicht verdrückt. Ich will aber sagen, wir haben auch gut aufgeräumt. Ich bin zwar 90% der Zeit über oben gelaufen. mit dem Teamspiel, aber hey. Was soll's. Und dann brauchen wir ja die meisten Punkte. Ja, danke Ihnen für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!